Wir starten diesen Flug am Flughafen Stuttgart auf dem Parkplatz der Allgemeinen Luftfahrt 3, hier auf der Karte dargestellt als Golf Alpha 3. Unsere erste Frequenz ist die von Stuttgart Delivery 121,915. Stuttgart Delivery Delta Echo Papa Alpha Hotel Delta Echo Papa Alpha Hotel, Stuttgart Delivery Delta Echo Papa Alpha Hotel, Papa 28 Alpha, Abstellfläche Allgemeine Luftfahrt 3, VFR über Oskar, Information Papa, erbitte anlassen. Delta Echo Papa Alpha Hotel, Anlassen erlaubt Anlassen erlaubt, Delta Echo Papa Alpha Hotel Delta Echo Papa Alpha Hotel, nach dem Anlassen rufen Sie Stuttgart Rollkontrolle 118,605. Nach dem Anlassen 118,605, Delta Echo Papa Alpha Hotel Unsere nächste Frequenz nun ist also die von Stuttgart Rollkontrolle, oder hier genannt Stuttgart Ground, 118,605. Stuttgart Rollkontrolle, Delta Echo Papa Alpha Hotel, erbitte rollen. Delta Echo Papa Alpha Hotel, Stuttgart Rollkontrolle Rollen Sie zum Rollhalt Piste 07, über Exit 3, November und Kilo. Rollen Sie zum Rollhalt Piste 07, über Exit 3, November und Kilo. Delta Echo Papa Alpha Hotel Nun geht es also hier raus vom Parkplatz der Allgemeinen Luftfahrt und wir sind schon auf November. Delta Echo Papa Alpha Hotel Halten Sie Position, Boeing 757 kreuzt vor Ihnen. Halte, Delta Echo Papa Alpha Hotel Delta Echo Papa Alpha Hotel Ist Abflug von Piste 07, Rollbahneinmündung, Hotel möglich? Positiv, Delta Echo Papa Alpha Hotel Delta Echo Papa Alpha Hotel Drehen Sie links auf Sierra Rollen Sie zum Rollhalt Piste 07, Rollbahneinmündung, Hotel, über Sierra und Hotel. Wenn abflugbereit, rufen Sie Stuttgart Turm 119,055. Drehe links auf Sierra Rolle zum Rollhalt Piste 07, Rollbahneinmündung, Hotel, über Sierra und Hotel. Wenn abflugbereit, 119,055. Delta Echo Papa Alpha Hotel Wir weichen nun also der Boeing 757 aus und rollen zu einer anderen Rollbahneinmündung, nämlich der Rollbahneinmündung Hotel und wechseln hier, sofern wir jetzt abflugbereit sind, auf die Frequenz des Towers Stuttgart Turm 119,055. Stuttgart Turm Delta Echo Papa Alpha Hotel Rollhalt Piste 07, abflugbereit Delta Echo Papa Alpha Hotel Stuttgart Turm Sind Sie bereit zum Sofortabflug? Positiv, bereit zum Sofortabflug Delta Echo Papa Alpha Hotel Delta Echo Papa Alpha Hotel Verlassen Sie Kontrollzone über Oskar Rechtskurve genehmigt Wind 050 Grad 6 Knoten Piste 07 Start frei Werde Kontrollzone über Oskar verlassen Rechtskurve genehmigt Piste 07 Start frei Delta Echo Papa Alpha Hotel Nun starten wir auf der Piste 07 und verlassen die Kontrollzone wie geplant nach Süden über den Pflichtmeldepunkt Oskar, wo wir uns jetzt melden Delta Echo Papa Alpha Hotel Oskar in 3000 Fuß Delta Echo Papa Alpha Hotel Verlassen der Frequenz genehmigt Verlassen der Frequenz genehmigt Delta Echo Papa Alpha Hotel Und es geht weiter mit unserem Flug, bis wir dann gleich wieder aus Norden kommend den Flughafen Stuttgart anfliegen Stuttgart Turm Delta Echo Papa Alpha Hotel Delta Echo Papa Alpha Hotel Stuttgart Turm Delta Echo Papa Alpha Hotel Papa 28 Alpha VFR 5 Minuten nördlich von Echo in 3400 Fuß Information Sierra zum Aufsetzen und Durchstarten Delta Echo Papa Alpha Hotel Fliegen Sie in die Kontrollzone über Echo Piste 07 QNH 1005 Werde in Kontrollzone über Echo einfliegen Piste 07 QNH 1005 Delta Echo Papa Alpha Hotel Delta Echo Papa Alpha Hotel Echo in 3400 Fuß Delta Echo Papa Alpha Hotel Fliegen Sie direkt in den Queranflug Piste 07 Melden Sie Queranflug Fliege direkt in den Queranflug Piste 07 Wilco Delta Echo Papa Alpha Hotel Nun geht es also wie angekündigt in den Queranflug Dafür zoomen wir gleich noch einmal in die Karte rein Und hier sind wir dann auch schon Delta Echo Papa Alpha Hotel Queranflug Piste 07 Delta Echo Papa Alpha Hotel Nach Aufsetzen und Durchstarten fliegen Sie in die Platzrunde Piste 07 Melden Sie Gegenanflug Wind 050 Grad 6 Knoten Piste 07 Frei zum Aufsetzen und Durchstarten Werde nach dem Aufsetzen und Durchstarten in die Platzrunde Piste 07 einfliegen Milco Piste 07 Milco Piste 07 Frei zum Aufsetzen und Durchstarten Delta Echo Papa Alpha Hotel So sieht das aus Jetzt setzen wir auf und starten wieder durch Gehen also nach links in die Platzrunde Und melden dann gleich den Gegenanflug Delta Echo Papa Alpha Hotel Gegenanflug Piste 07 Zur Abschlusslandung Delta Echo Papa Alpha Hotel Nummer 2 Folgen Sie Eurowings Airbus 320 Im Endanflug Piste 07 Melden Sie Verkehr in Sicht Vorsicht Wirbel schleppen Verstanden Folge Eurowings Airbus 320 Verkehr in Sicht Delta Echo Papa Alpha Hotel Und da kommt nun der Eurowings 320 Der landet auf der Piste 07 Und wir folgen dann in den Endanflug Delta Echo Papa Alpha Hotel Wind 050 Grad 6 Knoten Piste 07 Landung frei Piste 07 Landung frei Delta Echo Papa Alpha Hotel Und dort sind wir nun gelandet und über den Rollweg ECO abgerollt Delta Echo Papa Alpha Hotel Piste verlassen über ECO Delta Echo Papa Alpha Hotel Rufen Sie Stuttgart Rollkontrolle 118,605 118,605 Delta Echo Papa Alpha Hotel Also nun wieder die Frequenz Stuttgart Rollkontrolle 118,605 Stuttgart Rollkontrolle Delta Echo Papa Alpha Hotel Aber bitte rollen zum Gatt Delta Echo Papa Alpha Hotel Stuttgart Rollkontrolle Rollen Sie zur Abstellfläche Allgemeine Luftfahrt 3 über ECO November und Exit 3 Melden Sie verlassen der Frequenz Rollen Sie zur Abstellfläche Allgemeine Luftfahrt 3 über ECO November und Exit 3 Wilco Delta Echo Papa Alpha Hotel Und so geht es nun wieder zurück zu der Abstellfläche wo wir unseren Flug auch begonnen haben Angekommen verlassen wir dann noch die Frequenz Delta Echo Papa Alpha Hotel Verlasse Ihre Frequenz Delta Echo Papa Alpha Hotel Verstanden Und das war's